Was haben die österreichischen Lotterien denn eigentlich mit Sport zu tun? Unsere Unternehmen Österreichische Lotterien ist gegründet worden für viele Jahre und das hat sich eigentlich vom ersten Tag an immer damit beschäftigt und für Sport. Und dann meine ich wirklich für alle Sportler in Österreich da zu sein. Das hat sich natürlich in vielen Jahren aufgebaut. Wir sind ein Partner von das Olympisches Komitee, das Paralympisches Komitee auch vom ersten Tag an. Wir sind ein Partner für Sporthilfe. Ich bin gleich auch selber im Vorstand, also ich versuche auch selber persönlich einen kleinen Beitrag zu leisten. Du hast ja gerade die Heldinnen, die Profis, die Vorbilder gesehen und wir sind mit Win2D im Eishockey, Basketball, Beachvolleyball, Tischtennis, Tennis und American Football Hauptsponsor und machen uns dort überall gleich. Wenn wir einsteigen in einen Sport, unterstützen wir die Frauen, die Männer und die Behindertensportler in gleicher Art und Weise und wir haben das Trikot mit den Win2D-Logos bei den Frauen, bei den Männern und bei den Behindertensportlern gleich. Wir haben die selben Sponsorings. Wir haben beim Basketball zum Beispiel auch eine Plattform, wo man alles drei nebeneinander sieht. Das ist uns wichtig und wir glauben, das ist echtes Fairplay. Und das haben wir jetzt zum Anlass genommen im dritten Jahr. Wir haben einmal nachgerechnet und wir haben geschaut, okay, wie ist denn da eigentlich das Verhältnis, weil die Sponsoring-Gelder werden jedes Jahr erhoben und haben uns angeschaut, okay, da sind es 19 Prozent der Sponsoring-Aufwände für die Frauen. 81 Prozent für die Männer, verschwindend gering für Behindertensportler. Und genau das haben wir nachrechnen lassen, ehrlicherweise für die breiten Medien, für einen öffentlich-rechtlichen Sender, für einen Privatsender und viele Leitmedien in Österreich. Und wenn man das dann anschaut, wie die Torte verteilt ist, ist ab morgen kein Frauensport mehr sichtbar in den Medien. Und ein wichtiger Punkt, auf den ich heute eingehen möchte, ist die Sichtbarkeit. Denn auch bei der Sichtbarkeit gibt es wirklich einen riesengroßen Gap. Und Sichtbarkeit ist eine so unglaublich wichtige Währung für Sportlerinnen und für Sportler natürlich auch. Wir haben uns die aktuellen Zahlen angesehen und hier im Print Krone, Kurier, Standard, Kleine Zeitung, zusätzlich in TV, ServusTV und ORF1 angesehen. Und wir kommen im Schnitt auf einen Wert von 19,1 Prozent Frauen in der Berichterstattung, Sportlerinnen in der Berichterstattung. Der Rest ist Sichtbarkeit von Männern. Wir haben eine ähnliche Untersuchung gemacht und ich gehe gleich ins Detail und schaue mir an, wie schaut es aus im TV. Da haben wir einen höheren Anteil, nämlich mit 21,3 Prozent Frauen und in den Printmedien mit 16,9 Prozent nur einen sehr, sehr niedrigen. Also es sind beide Werte eigentlich niedrig. Wir haben diese gleiche Untersuchungen für die Printmedien, ich habe es vorhin erwähnt, vor drei Jahren gemacht. Da lagen wir im Print noch bei 12 Prozent. Also es gibt hier eine Steigerung. Auch diese Steigerung auf diese 19 Prozent ist natürlich eine positive Entwicklung. Abschließend möchte ich nur nochmal betonen, ich habe es eh schon gesagt, ich möchte es nochmal betonen. Wenn wir Equalplay, von Equalplay, Equalplay, was auch immer, sprechen und das stärken wollen, mehr Gleichberechtigung wollen, dann müssen wir, also wir plus die draußen, müssen wir verstehen, dass wir alle eine Verantwortung haben und ein Vorbild sind. Danke.